Willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir sind auf dem Weg zur Schule, um uns Motorteile zu besorgen aus einem Truck. In Folge 11, jetzt würde ich schon sagen 10. Und wir müssen ganz vorsichtig sein, weil hier ganz ganz viele Runner sind und wir haben keine Nahkampfwaffe. Das heißt, wir sollten uns ein wenig vorsichtiger bewegen. Man, mich juckt schon wieder an der Nase. Mann. Oh nein, 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 nein. Das kann... Oh nein! Lass mal los! Oh, 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 oh. Nein! Hilfe! Schlägerei geht weiter, so wie im Museum. Mann! Mann, du, das... Ich glaube, ich brauche gleich... Ich glaube, ich brauche gleich ein bisschen Penicillin und eine Beruhigungstablette. So. Ja, das lief ja anders, als ich gedacht habe. Wir hätten ja auch schleichen können. Hier vorne war ein Tisch gewesen, mit was drauf, aber... Ich glaube, hier ist aber nichts. Okay. Das ist ja nicht sehr schön, dass... Naja. So. Ich werde die Waffe mal nachladen. Fünf Schuss haben wir. Was mit Sprinten, um freizukommen? Okay. Wie geil war der denn? Wie geil war der denn? Die hat's ja mal voll zerfetzt. Habt ihr's verdient, ihr Dreckschreiner? Den Rest könnt ihr behalten, du Dreckschreiner. Ich liebe diesen Spruch aus, äh, äh, Kevin Alleinze aus. So, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall verarzten, weil... Wir haben nur die Hälfte an Lebensenergie, denn ich... Wette, das soll es nicht... Das soll nicht alles gewesen sein. Ich glaube, ich bleib bei der Flinte. Die hilft uns ganz gut. Deine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hol ich sie. Ja, klar, Moment. Hedling. Da ist die Leiter. Aha. Ich möchte trotzdem noch mal eben kurz hier schauen. Okay. Vielleicht liegen ja hier irgendwo noch Tabletten oder sowas. Nein, entscheidend nicht. Gut, dann hätten wir mal Ellie hoch. Hm. Na, er ist noch nicht ganz davon überzeugt, Johnny, so wie er guckt. Alle, hopp. So. Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Danke, Bill. Ich frage mich, wie Ellie die Leiter gesehen hat. Die habe ich ja noch niemals gesehen. Und Joel ist größer und ich auch. Hallo. Alles okay. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Nur zur Motorhaube kommen. Das klingt ja schon vielversprechend. Das klingt ja sehr, sehr vielversprechend. Oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Ja, komm, Ellie. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Na los, Bill. Ich hab's. Durch das Fenster. Schnell. Oh, oh, oh. Ellie. Joe, da kommen wir rein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Leute! Wohin? Bill! Wohin? Erstmal weg hier. Wir müssen rausgehen. Komm mit. Mann, die juckt schon wieder. Wow. Die juckt schon wieder die Durke. Das gibt's doch gar nicht. Wir schleichen uns hinten raus. Okay, wir schleichen. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Genau, ihr zwei folgt. Ich bringe uns hier raus. Okay, da ist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße, und hier sind Klicker. Hier sind Klicker. Hier sind Klicker. Meine Güte. Den Flur runter. Durch die Klassenräume geht's schneller. Puh. Ja. So, eben nachladen. Joel, das ist die falsche Richtung. Hier lang. Ja, ich will kurz mine. Darf ich mich denn wenigstens nochmal umsehen hier? Können wir irgendwas bauen? Nein, okay. Okay. Ein paar Nagelbomben wäre mal schön zu bauen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, da liegt eine Nahrkampferfelle. Das ist schon mal super. Und dann noch mit was dran. Oh, was denn jetzt? Boah, ist denn jetzt nicht in Ordnung hier. Boah, ist denn jetzt nicht in Ordnung hier. Und dass sie so extrem reagiert haben auf die Dreier? Also, die hören ja jeden Zentimeter jetzt auf einmal. Ganz komischerweise. Ich konnte letztes Mal schleichen und... Oh, oh, oh. Da können wir lang. Den Flur runter. Ich kann mich entsinnen, dass man, wenn man geschlichen hat, nicht so extrem gehört wurde. Aber jetzt ist es ja echt extrem. Also... Oh mein Gott! Ja, klasse. Ja, super. Das ist aber neu, dass man sich da so bedrängt fühlt und dann, dass man sich da frei robben muss oder beziehungsweise, dass man da... Das kenne ich persönlich nicht von der Dreier. Das muss ein neues Gameplay-Dingen sein, was sie eingebaut haben von Not the Doc. Oder ich habe es vielleicht nie gesehen auf der Dreier. Das kann natürlich auch sein. So wie ich darauf achte, auf jedes Detail. So. Und die Action geht natürlich weiter in der Folge. In Folge 11. So. Ich werde mal den Revolver nehmen. Oh, nee. Oh, nein. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut. Oh, Körperklaus. Oh. Das ist... Das ist Körperklaus. Ja, das ist... Ah, fuck. Das ist Körperklaus, ist das. Ja, das ist... Das ist Körperklaus. Der... Der Körper hat immer rum. Ja, das ist... Gott sei Dank. Mann. Die... Doch, du. Mann. Gibt's doch gar nicht. Ich werde aber was fallen lassen. Ja. Ich unterbreche mir gern die Aufklärungsstunde. Aber können wir endlich hier weg? Ich unterbreche mir gern die Aufklärungsstunde. Der ist schon sehr, sehr lange infiziert. Hilf mir herauf, Joel. Ja, Moment. Hier gibt's noch jede Menge zu sammeln. Und... Wir können Nagelbomben bauen. Yay. Naja, eine zumindest. Sollen wir mal eben... Schauen wir mal eben auf die... Äh... Okay, Tabletten. 35 einmal. Wir brauchen insgesamt... Was war das? Äh... 50, genau. 50 für unsere Maximalgesundheit. Weil die möchte ich doch schon gerne... Einmal erhöhen. Und wir können ein Medikit bauen. Wusste ich doch, weil wir Lappen und... Dann haben wir wieder drei Medikits. Das ist schon mal gut. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Und... Okay, gehen wir, Leute. Okay. Dann haben wir den Bloter schon mal... Den Körper-Claus haben wir schon mal erledigt. Gut, komm, komm, komm. Oh, nee, oh... Oh, nee, oh... Komm, komm. Oh, scheiße! Okay, okay! Ja, ich werde endlich fertig gleich. Meine Güte. Oh, ich hasse diese Dinger! Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier! Komm mich hoch! Bin schon dabei. So. Uiuiuiui. Puh. Jetzt musste Joel nochmal extra, nochmal nachträglich kämpfen. Hier lang! Ja. Moment, 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 ja, kurz gucken, kurz gucken, kurz gucken. Nee, gibt's nichts. Oh, oh! Oh! Wo kommt er denn her? Ja. Oh, oh! Lauf weiter! Ich bin hinter dir! Schnelltun! Oh, das war knapp, da war schon direkt einer an den Füßen, jemand. Oh, puh. Oh, oh! Eine Traus, los! Na, das lief ja toll. Okay, ähm, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Belle? Irgendjemand war schon hier, mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann sich den Job... Lass dir fällig, Tess, da raus! Ganz tief in ihr... Scheiße! Wen Zeug war diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also... Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs! Das Ding läuft noch! Das ist meine Batterie! Das verdammte Arschloch! Steig aus! Steig aus! Okay, Mann! Die Batterie ist leer, aber... Die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Das ist eine gute Idee. Somit haben wir unser Auto befunden. Ich möchte mich aber trotzdem mal im Haus umsehen, bevor wir jetzt hier anfangen. Hui! Unser Bill führt wieder Selbstgespräche. Ja, ich mach's schon gerade. Oh mein Gott, das ist... Das ist also... Ich geh mal den Stuhl bei... Okay, Frank hat gerade den Stuhl aufgegessen. Sieht zumindest danach aus. Das ist also anscheinend Frank, der bunte Hemden trägt. Nein. 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 So, dann wollen wir mal uns im Haus weiter umsehen. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Sachen. Oh ja, das ist super. Zack, 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 zack. So viele Sachen, so viele Gegenstände. Und da haben wir... Oh, was hiervon? Können wir was Neues bauen? Ja, Nagelbomben. Bauen wir doch direkt. Wie viele Tabletten haben wir eigentlich? Wollte ich mal eben schauen. 40, dann fehlen wir uns noch 10, dann können wir unsere maximale Gesundheit erhöhen, weil das Spiel wird ja nicht einfacher. Und hier liegt ein Zettel, den wir mal durchlesen. Franks Nachricht. Ach Bill, ich bezweifle, dass du diese Nachricht je finden wirst, weil du immer zu ängstlich warst, um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch, solltest du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Scheißstadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast, ich habe sie. Aber du hattest wohl recht. Der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem, besser als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Okay. Besser als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Waren die beiden vielleicht... Nein. Oder? Aber Bill hat doch auch so geweint gehabt. Nein, nein, ich habe keinen Kopfkrieg. Ja, 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 ja. Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. So, dann wollen wir mal. Okay, Bill, dann los. Okay. Leg den ersten Gang ein. Ist schon passiert. Lass den Fuß auf der Kupplung. Und wenn wir dann rollen... Ich weiß. Ich lass sie kommen. Woher bist du? Weißt du was? Mir egal. Versau es nur nicht. Okay, Ellie, halt dich bereit. Jetzt. Jetzt. Gib Gas. Gib Gas. Super. Hey. Ganz toll, Keine. Bill, lass gut sein. Ellie, wir versuchen es nochmal. Konzentrier dich. Die andere Seite, links. Oh, Mist. Oh, Mist. Hallo, 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 hallo. Okay, das war's. Zurück zum Truck. Ja, musst du eben nachladen, Kumpel. Und dann geht's weiter. Wir sind so langsam. Ja, Moment, da liegt noch... Moment, die Knüppel... Die Knüppel möchte ich mir noch gerne aufnehmen. Weil dann hab ich nämlich ne Nahkampfwaffe. Leute, am Haus vorbei, rechts. Wo, 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 wo. So. Stirb. Stirb. So, weiter geht's. Das schaffen wir. Das ist versaut. Das weißt du, Joel. Hm? Wo, 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 wo. Wo, wo. Wo, wo, wo. Wo, schieß doch. Wo, 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 wo. Ich brauche dir jeweils Hilfe. Ja, bin schon dabei. Die muss auf den Hügel. What the fuck. Mach' ich mal pass'n Stress. Okay, Ellie, halt dich bereit. So, jetzt aber. Okay, Ellie, jetzt starten. Wie hört sich das an, Bill? Ja, und die Infizierten hören das auf. Ja, genau. Wir müssen in den Truck. Oh. Da laufen sie. Okay, das reicht. Stopp! Lass' einfach laufen, okay? Okay. Die Kleine hat uns fast umgemacht. Du musst so geben. Sie hat sich nicht schlecht geschlagen. Ja, ja. Ja, habt keine Schau. Sehr positiv. Ja. Was ist das? Komm zu glauben, wie viele Autos noch Benzin im Tank haben. Danke. Und der Bill, wegen deinem Kumpel vorhin. Das ist echt hart. Und dich, ja. Sind wir quäht? Sind wir. Dann verschwindet endlich aus meiner Stadt. Sind wir? Oh Mann! Hey, du solltest doch schlafen. Okay, ich weiß, es sieht nicht so aus, aber das hier ist gar nicht so schlecht. Es gibt nur ein Problem. Und zwar hier. Fortsetzung folgt. Hast du sowas? Wo hast du das denn hier? Das ist von Bill. Das Zeug lag da einfach so rum. Was hast du noch? Tja, hier. Na, weg das Erinnerung. Weißt du, also das war eine Weile vor meiner Zeit. Hm. Aber die ist gut. Oh Mann. Na, besser als nichts. Oh. Das hier wird dein Freund heute Nacht sicher vermissen. Nicht viel zu lesen, aber ein paar interessante Fotos. Nein, Ellie, das ist nichts für dich. Wow. Wie, wie kann der denn überhaupt noch laufen mit dem Ding? Lass mal langsam. Ich will sehen, was so toll daran ist. Oh. Warum kämen die zusammen? Ich verarsch dich nur. Und tschüss, Mann. Ab nach Pittsburgh. Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Mama schläft so ein bisschen, okay? Bin nicht mal müde. Ich bin nicht mal müde. Oh nein, 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 nein. Na, klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Vorsicht! Oh Mann. Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Ellie. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Komm raus. Schnell. Oh. Lass mich los, du bläder Sack. Tschau. Oh. Oh, 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 oh. 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 Geh, geh mit. Hm. Oh. 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 Was ist bloß los mit denen? Atme durch. Los gehen wir. Okay. Achtung! Oh! Bleib unten! Oh man! Ich glaube, da muss ich schleunigst mal Pause drücken, denn, ja, die Folge läuft ein bisschen aus dem Ruder sonst mit der Zeit. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Und dann geht's spannend weiter. Ihr merkt, das ist richtig spannend. Ihr solltet auf jeden Fall dann wieder einschalten, wenn es wieder heißt The Last of Us Remastered, das Let's Play. Also, macht's gut. Tschüss!